Willkommen auf dem Kanal DieDevice. In diesem Video werde ich über den LG 27UN83AW-Monitor sprechen. Wenn Sie auf der Suche nach günstigen Preisen für dieses Produkt sind, benutzen Sie bitte die Links in der Beschreibung unter dem Video. Ich hoffe, dass Ihnen dieses Video gefällt. Teilen Sie Ihre Meinung gerne im Kommentarbereich. Ich empfehle Ihnen auch, unseren Kanal zu abonnieren, um über neue Produkte in der Welt der Gadgets und Elektronik auf dem Laufenden zu bleiben. Los geht's. Die Bildschirmdiagonale beträgt 27 Zoll mit einem Seitenverhältnis von 21 zu 9. Bildschirmauflösung 3840 x 1600 Pixel. Dieses Modell verwendet eine IPS-Technologie-Matrix mit einer maximalen Farbtiefe von 10 Bit, 8 Bit plus FRC und W-LED-Hintergrundbeleuchtung. Die Bildwiederholfrequenz des Monitors beträgt 50 bis 60 Hertz und die minimale Reaktionszeit der Matrix beträgt 5 Millisekunden. Die Ära von UHD 4K HDR hat begonnen. Auf dem UHD 4K HDR-Monitor von LG erleben Sie glasklare Bilder und wahre Farbbrillianz. Genießen Sie Ihre HDR-Inhalte mit ausgezeichneter Helligkeitswiedergabe und hervorragendem Kontrast. Weser Display HDR 400, klares und helles HDR. Der Monitor unterstützt Weser Display HDR 400 mit einem dynamischen Helligkeits- und Kontrastbereich und ermöglicht ein intensives Eintauchen in den neuesten HDR-Spiele, Filme und Bilder. HDR-Effekt. HDR-Effekt für SDR-Inhalte. Der UHD 4K HDR-Monitor von LG kann Standard-Inhalte direkt auf dem Bildschirm in HDR-Videoqualität umwandeln. Durch die Verwendung eines Bildqualitätslogarithmus werden das Ton-Mapping und die Leuchtdichte von SDR-Inhalten HDR-typisch optimiert. IPS mit über 99% sRGB. Realistische Farben aus nahezu jeder Perspektive. Das IPS-Display von LG punktet mit einer außergewöhnlichen Farbgenauigkeit und deckt 99% des sRGB-Farbspektrums ab. Durch den größeren Betrachtungswinkel werden Farben besonders originalgetreu wiedergegeben. TrueColor Pro Software. Hardware-Kalibrierung. Optimieren Sie die Farbleistung mithilfe der Hardware-Kalibrierung der Software TrueColor Pro, um das breite Farbspektrum und die Farbkonstanz des LG Nano IPS Displays optimal zu nutzen. Klares, gleichmäßiges Bild. Radon FreeSync sorgt bei hochauflösenden, grasanten Games für nahtlose, flüssige Bewegungsabläufe der Spielcharaktere. Diese Technologie verhindert Ruckeln und Unterbrechungen fast vollständig. On-Screen-Control. Intuitive Benutzeroberfläche. On-Screen-Control ist einfach und intuitiv nutzbar. Sie können die Anzeigeeinstellung mit nur wenigen Klicks anpassen. Individuelle Anzeige für jedes Spiel. Mit dem Game-Modus das Beste aus dem Spiel herausholen. Gamer, FPS oder RTS-Modus wählen und die Einstellungen je nach Spiel anpassen und optimieren. Der Monitor mit Standfuß hat folgende Abmessungen. 61,31 cm breit, 56,73 cm hoch und 23 cm tief. Das Gewicht des Monitors beträgt 6,4 kg. Höhe und Neigung des Monitors können eingestellt werden. Eine WESA 100x100 Montage ist möglich. Der Monitor verfügt über zwei Lautsprecher mit einer Gesamtleistung von 10 Watt. Die folgenden Anschlüsse sind vorhanden. Einmal USB Typ C Upstream 60 Watt DP Alt Mode, zweimal USB 3.0 Typ A Downstream, zweimal HDMI 2.0, einmal Displayport 1.4 und einmal 3,5 mm Audio Out. Nahezu randloses Design, immersives visuelles Erlebnis. Der Bildschirm wird an drei Seiten von einem extrem schmalen, nahezu unsichtbaren Rahmen eingefasst. Zusätzlich lässt sie Max Audio noch tiefer in die verblüffend lebensechten Bilder mit perfektionierter Klangqualität eintauchen. Ergonomischer Standfuß, Faszination und Leistung. Der drehbare Monitor ist nützlich für alle Programme, die vertikal ausgerichtete Informationen anzeigen können oder für die Fotobearbeitung. Die Höhenverstellung sorgt darüber hinaus für ergonomischen Komfort. Ich habe mir die Bewertungen von echten Nutzern angesehen und die wichtigsten Beschwerden hervorgehoben. Der mangelhafte USB 3.0 Hub. Und hier ist, was den Kunden am besten gefallen hat. Die beigelegten Kabel funktionieren gut, eine grandiose Auflösung, gestochen scharfes Bild, von allen Seiten eine sehr gute Sicht, Farben, Bildschärfe und Kontrast sind perfekt und die Optik ist sehr gut. Das war mein Testbericht zum LG 27UN83AW Monitor. Den Preis dieses Modells finden Sie, indem Sie den Links in der Beschreibung unter dem Video folgen. Wir freuen uns auf Ihre Kommentare und wenn Sie das Video liken. Die nächste Rezension folgt schon in Kürze. Abonnieren Sie unseren Kanal und klicken Sie auf die Glocke, um es nicht zu verpassen. Bis bald! Bis bald! Bis bald!